Bei mir steht aber jetzt noch nichts von das volle Programm. Warte mal, ich geh mal ab einem. Weiter bin ich wieder das. Volle Programm. Pro-gramm. Ähm. Robin DJ Magic Letters der S. Ja, ist volle Programm. Okay. Okay. Bin drinne. Ähm. Ich hab grad aus Versehen. Also ich hab das Spiel jetzt einmal ausgemacht. Das ist jetzt einmal zu. Ich hab das Spiel einmal ausgemacht. Ähm. Ja, es gibt nur eine Frage leider von von Elko. Nur für dieses Video nur eine. Und er hat mir geschrieben Wie geht es dir? Er hat mir geschrieben Wie geht es mir? Ähm. Ja, mir geht es auf jeden Fall gut, Elko. Das ist sehr gut zu wissen. Wie es mir geht. Komm, Elko. Wir standen richtig durch. Ich weiß, das Schwitzer-Video war scheiße. Ja, ich war auch noch nicht so richtig eingespielt. Wir spielen erst eine normale Runde, würde ich sagen. Ja, erst eine normale Runde, Leute. Schaut auf jeden Fall in die Kommentare rein. Da ist nur was verlinkt. Und hier unten steht es auch noch. Unten an eurem Bildschirm steht auch noch an was. An die Zuschauer. Ähm. Auf jeden Fall. Es wäre cool, wenn meine allerersten Spenden kommen würden, ne? Weil ich habe jetzt noch nicht so richtig Spenden bekommen. Es wäre schön, wenn... Ey, Erkilian. Kannst du mir einen Euro spenden? Steht das dann in den Kommentaren gerade drin, ne? Warte, sag das gleich, Mama. Weil ich kann dich gerade nicht in der Luft verstehen. Wieso? Schau... Äh, mach mal dein Handy einmal aufs Neustart. Dann müsste das wieder gehen. Aber auf das Video, ne? Ja, ich bin auf jeden Fall mal lazy. Ich bin gleich tot. Ich treffe nicht in dieser Shotgun, Alter. Ich treffe nie was mit dieser Shotgun. Ich kann nur mit Tag spielen. Macht keinen Sinn. Alter, sag mal die Mindy. Ich hätte auch gern so die Mindy. Hast du zu F.A. eigentlich, Elbo? Hä? Wie viele... Ich will liebe... Ich pass wenn... Ich spasse, oder? Pass auf, der ist hinter dir. Pass auf. Der ist eine Miezen-Katzen-Skin. Du hast nicht mal so ein Sturmgewehr, mit dem du weit schießen kannst. Übrigens, die Pump war ja meine Waffe. Mit der kann ich aber eigentlich nichts lassen. Munition! Du wirst sterben. Ja, das ist eine Tag für mich! Holst du mir erstmal die Tag? Komm weg! Im Haus, hinter dir, neben dir, neben dir! Nein, ein anderer saß! Da! Siehst du sie? Ah! Der ist direkt bei dir! Foksi! Junge, das ist mein Freund! Okay! Spend mir mal was! Kannst du spenden, wie du willst! Hauptsache keinen Cent! Wie viel Euro willst du denn eigentlich spenden? Sag mal! Ein Euro, okay! Ich weiß noch nicht, wie mein Bild aussieht! Wie viel Euro aussieht, ne? Ja, es wird ja ganz normal neben mir geschrieben! Weil neben mir ist ja auch Dings, ne? Sind ja auch die Nachrichten! Ähm! Du kannst doch einfach auf Neustart drücken! Ich lief grad, weil... Ist jetzt grad in die Lobby! Ähm! Werden wir gleich die Challenge machen, Leute! Jetzt löppi, wie man merkt, denn so viele angeln! Ich hoffe mal nicht, dass die Zone da wieder ist! Sonst müssen wir die Runde wieder durchspielen, ne? Mit... Ja! Das hab ich auf Aufnahme, ne? Ey! Ich hab das sogar im Video! Also... Mein allererster epischer Sick auf Video! Wart ihr die Slurp Challenge? Och geil! Ist man so safe? Such den! Nein, das war nicht da! Das war die Slurp Challenge! Ich hab' ne Grün auf Hause für dich! Schöne, Leute! Oh, was war's? Oh, was war's? Oh, was war's? Ich hab'n Sturmgewehr und ne Ange auf die Leicht! Guck' ob mein Stream haben! Okay! Ich hab'ne Grün auf Hause für dich! Kian! Übertreib' mal nicht! 100 Euro! Aua! Aua! Habst du's jetzt da einfach nur reingeschrieben? Willst du mich verarschen, Alter? Du, Ange auf! Du, Ange auf! Wenn du jetzt mal wegst, Alter! Ab ihm! Junge, bei der Helden! Hey, du Staubst doch mal! Ich meine... Warte, das ist gar... Ich hab'n gekillt! Ich hab'n gekillt! Gib' mir jetzt meine Skab wieder! Du hast ihn eigentlich, D'o! Du gibst meine Skab wieder! Du gibst jetzt meine Skab wieder! Du gibst jetzt meine Skab wieder! Das war mein Kill! Alter! Ich hab'n's Wette! die Stuttgart der Markt hat bei YouTube die Spendet Mann EUROS die Spendet mein Geld an die Küche Wie spendet man Geld an YouTuber? Geld an keine YouTuber-Streamer spenden. Ich bin gern. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Videos. Ne, sechs. Wir machen jetzt die Slurp-Challenge. Na, Elko? Ne, Elko! Ne, Elko, wir machen jetzt die Slurp-Challenge. Junge, du hast einfach da 100 Euro reingeschickt. Äh, einfach da reingeschickt. Teufel und der Eier Exceptional des stands. Das habe ich 600 Euro gespendet bekommen. Ja, dann wurde er so, das war der andere an delivered. Das hat er vom Ton nur hingeschrieben. Ich hab das hingeschrieben. Und dann habe ich gleich nichts geschrieben. Ich hab nur so richtig Lust, gell? Ich spende es mir einfach so 100 Euro so einfach nur so einfach so hingeschrieben, gell? Darf ich meine Lieferung von dir haben? Darf ich ein bisschen Geld von dir haben? Was? Du Arsch! Wir machen jetzt die Slurp Challenge. Keine Ahnung, warum ich so gerade wenig rede mit euch. Aber was sollen wir denn da machen? Ich bin Playstation Spieler. Ich weiß nicht, ob wir hier erst Leute rasieren sollten. Sollen wir uns erstmal wegen Angriffen Pool machen? Oh, jetzt erstmal eine schöne grüne Tag. Oh nein! Aber ich weiß nur noch mehr Angeln sehen. Slurpee? Oh! Ich hab schon, ich hab schon eine Angeln. Wow! Wie hab ich den bekommen? Du angelst jetzt schon? Hm? Wir müssen gar gegnern. Spätmen dir. Ich habe keinen mit mir. Ja. Ich habe gerade über viele Filz gemacht. Ja stimmt, aber ich habe mal welche gerade gemacht, weil gerade jemand bei mir, bei einem Gehtner. Danke, dass du die gehört hast. Ich habe den, hier war noch einer. Ja, den habe ich getötet. Ey, da hinten ist noch einer in einem Gebäude. Au. Das ist jetzt einfach so Wallhack, ne? Elko einfach so Wallhack anhaben, gell? Warte, ich muss mich gerade... Was? Was für Fässer? Oha! Okay. Das reicht noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen... Tag Munition für den Typen. Ich brauche ein bisschen Tag Munition für den Typen. Ich habe schon ein bisschen Neil. Ich bin grad einfach nur krass. Ich mache gut Kills. Ich mache gut Kills. Das Ding ist ab, die Zone, ne? Was wollen wir denn eigentlich mit der Zone machen? Weil ich meine, die Zone ist ja... Ne? Du weißt... Gegner? Ist das der Typ von eben? Ey, ey, hier, ich höre eine epische Kiste. Hier. Und ich finde hier einfach mal eine Piste drin. So eine seltene Kiste namens Sonne. Ich will auch! Ich will den auch! Hast du ein bisschen Portmonition? Gib mal! Hä? Å... Oh... Hier... Ja, aber der muss näher sein. Nein! Nicht hier zubauen! Nicht hier zubauen! Hier kommen einfach mal eine hier theft virtual. Ein paar Minis. Ich habe meine Waffen vorsichtshalber mitgenommen. Oh, direkt einen kleinen Minifisch. Aber wir brauchen sauviel Heilung, weil ich habe diese Challenge noch nie geschafft. Letztendlich, wir müssen diese Runde holen. Wie viele Pilze hast du? Ich habe drei. Ich sammle vielleicht noch ein paar bisschen mit. Vielleicht, weil am Ende, wenn am Ende irgendwo hier in der Nähe die Zone ist, gehen wir drauf, ne? Gehen wir drauf und versuchen, die Runde zu holen. Aber mit Full-Schild wäre jetzt schon besser. Ich meine, da sitzt am Ende die ganzen... Aber ich habe jetzt Full. Warte mal. Ich baue die mal ganz ab. Ich weiß, es ist ein Fehler, die Bäume ganz abzubauen, aber für die Challenge. Komm. Komm. die Bombe disguise gehen. Lade mal stehen, Lade mal stehen, Lade mal stehen! Lade mal stehen. Warte mal stehen. Lade mal stehen. Hä? Sind die? Hä? Jonas Lathaler schreibt, äh, Pim-Watz. Das ist ein Pim-Watz. Hier. Alles klar bei dir? Ähm, ja, bei mir ist alles klar. Was meinst du mit der Slurp-Challenge oder so? Willst du mit mir zocken? Jonas Lathaler? Weiß nicht. Hast du Bock, mir mehr zu zocken und im Video dabei zu sein? Ich bin schon echt dran, wenn ich dabei sein will. Ja, bei mir ist auf jeden Fall alles klar. Nee, alles gut. Okay. Bist du schon, äh, warst du schon mal auf YouTube? Ähm. Kenn dich schon. Oh mein Gott. Als ob du gerade mein Video schaust. Hi Jonas, was geht ab? Alles gut? Ich hoffe, du schöne Corona-Ferien. Und Ferien. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hab noch ja mehr Videos, Jonas. Weil das ist Jonas, wenn ihr nicht kennt. Jonas, ich mach mit dir auch mal ein paar Videos, okay? Ah ja. Ähm. Schöne Grüße geht raus an Jonas. Jonas. Jonas, hast du mal Bock, im Video dabei zu sein? Hä? Okay. Ja. Ja. Morgen um 10.00 Uhr, Jonas, kommst du? Ja, bitte. Ja. Okay. Okay. Ja, du, okay. Äh, komm dann mit. Also, auf jeden Fall. Morgen um 10.00 Uhr, elf. Bist du dann beim YouTube-Video? Weil morgen um 10.00 Uhr fang ich an, zu streamen. Ja, da musst du aufkommen in meine Gruppe. Weil ich fang immer um 10.00 Uhr elf an, zu streamen. Abends gibt's auch noch ein Video. 20 Uhr. Hab ich dich eigentlich als Freund gelöscht? Jonas, hab ich dich als Freund gelöscht? Ich warte grad auf seinen Kommentar. Ich warte grad, ob Jonas kommt. Ähm. Jonas, wenn ich dich jetzt... Äh, bin nicht online. Aber ich weiß nicht, ob ich dich als Freund gelöscht hab. Weil, wenn ich dich als Freund gelöscht hab, geht einfach diesen Ad-Namen ein, okay? Da kannst du mit mir zocken. Einfach so eingeben, da kannst du mit mir zocken. Jonas, ähm... Ich bekomm eine Einladung von Felix, alles klar. Jonas? Ähm... Da genau, einfach so, okay? Einfach so, wie ich geschrieben werde. Einfach mein Letzt-Namen eingeben. Ich... Mach ich, okay. Ja. Wenn ich dich auf jeden Fall gelöscht hab. Ihr macht ja Zweierschaden. Ich stell mich schon mal hier rein. Wir brauchen sauviel Lilon. Wir haben nicht mal viel Lilon. Ich hab grad nichts gezogen. Sollen wir einfach nicht nach Misty Meadows? Komm. Lass weiter angeln. Ich hab mal Waffen mit. Ne, wir brauchen ja jetzt eigentlich keine Waffen mehr. Jonas, äh, äh, soll ich dich eigentlich jetzt, äh, wirklich grüßen, ne? Alter, guck mal, wir können zacken. Okay. Ich muss... Oh. Hier, äh, auch rein. Mach's gut, ne? Ja. Ich hab mal ne Frage. Ob ich dich... Ähm, ob ich dich grüßen soll. Guck mal, es leben nicht mehr viele. Nur 18 Gegner für diese Zone. Das ist doch schon echt wenig, ne, Elko? Das ist grad mal die echt... Die erste Zone. Du könnt's schaffen. Bitte grüß mich. Okay, Grüße geht raus an Jonas. Ähm, sehr geiler Freund. Wenn ihr wollt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich mal mit Jonas ein Video drehen soll. Mich auf jeden Fall echt interessieren, weil Jonas ist echt gut in Fortnite. Mal. Kleiner Fisch. Ähm, sollen wir uns schon mal so ein bisschen hier mitnehmen? Danke. Ja, Jonas, mach ich auf jeden Fall. Ich nehm mal grad ein paar Slurpfische mit. Oh, paar Verbände. Mad Kit. Kannst du mir ein Mad Kit geben? Kannst du mir ein Mad Kit geben? Oh, wo ist der kleine Fisch? Ich hab einen kleinen Fisch gongelt. Warte mal. Ich nehm mich grad einmal hoch. Okay, danke. Komm. Hier noch Mad Kit. Komm. Komm, nimm das Mad Kit. Nimm das Mad Kit. Nimm das Mad Kit. Nimm das Mad Kit. Ich kann es noch schaffen. Oh, scheiße. Jetzt macht ihr schon Fimper. Oh, Mutter. Nicht, dass du stirbst. Irgendwie, ich troppte dir grad was. Okay? Hier, nimm mal. Hier. Nimm mal noch mit. Okay, einen Fisch nimm ich noch mit. Ah, Junge. Die Zone, Alter. Das Ding ist halt... Leute, das ist jetzt grad... Wir sind grad live. Und zwar, wenn wir diese Stellen schaffen... 10.000 Likes auf dieses Video, will ich sehen. 10.000 Likes. Wenn wir diese Stellen schaffen. Ich nehm noch 10 Gegner. Alles stillig. Ryder Gang schreibt Pimwatz. Ich kenne ja Ryder Gang, also Felix. Wir wissen ja die ganze Zeit Pimwatz. Ich weiß nicht, ob das sein soll. Wir brauchen mehr... Wir brauchen mehr Helung. Wir brauchen mehr Helung. Nein, ich will kein... Komm schon. Oh Scheiße, ich muss die Karten gönnen. Alter, jetzt macht die Sau viel Schaden. Wir brauchen noch ein bisschen Helung. Alter, ich bekomme noch ein Slurpels und noch ein... Nein, ich bekomme nur so ein Mini-Wit. Ah, nicer Stream. Oh, ich hab... Ach, das hab weh. Ja, danke. Ich hab noch ein paar andere Streams. Ich streamen gerade... Muss aber leider fehlen. Ähm... Ich hab mal ne Frage. Könnt ihr mir Geld spenden? Ich hab jetzt kein Helung mehr. Heal mal. Angel mal was für mich. Vierter Platz. Leute, die höchste Überlebenschompse, die ich je hatte. Ryder Gang. Jonas. Also, Jonas. Felix. Bitte, spendet mir was. Komm, bitte. Könnt ihr mir bitte was spenden? Ihr seid der beste Mensch, wenn ihr das tun würdet. Mir irgendetwas spenden. Äh, Felix oder Jonas, wenn ihr den Stream schaut. Spendet mir was. Bitte. Fehlt eine Spende vorne sehen. Hm, 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 hm. Leute, ich freu mich auf jeden Fall über, ähm, wir brechen aus, das Video auf diese Aufrufe. Sau krank, die Aufrufe, ey. Okay. Das hab ich niemals geglaubt, so viele Aufrufe zu haben. Und, ähm, Felix oder Jonas, ähm, könnt ihr bitte meinen Kanal auch abonnieren? Patrisch fragt, warum ich die kenne? Das sind meine Freundinnen und Freundeslister. Äh, ich hab da ja was für Wurde. Okay. Ähm, eine Frage kommt ganz oft. Wie ist das mit den Jungs so? Und, äh, das hab ich eigentlich schon alles gesagt. Ich hab da ein Video hochgeladen. Ähm, von daher kennen da, glaub ich, alle meine Position. Und, warte mal, Phil lädt mich da rein. Nein, ich hab da irgendwas mit Beleidigung oder sonst irgendwas. Ja, da hat er schon gesagt, dass ich den immer eingesprochen wurde. Und dann hab ich eigentlich mal gesagt, hey, ich brauch ein bisschen Zeit von dich. Und die Uhr war das sehr, 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 sehr ausgefasst. Und ich beleidigte mich und hab gesagt, du hat dann den Server geschlossen. Wichtige Sache ist noch, wir hatten dann ab dem 17. September, war es bei mir zumindest so, dass ich, äh, wie gesagt, keinen Kontakt hatte. Fynn, ich mach grad ein YouTube-Video. Oh, ne, er kann uns ja nicht hören. Er muss leider ein Wirt machen. Oh, ne, er muss leider ein Wirt machen. Oh, ne, er muss leider ein Wirt machen. Oh, ne, er muss leider ein Wirt machen. Danke. Jonas schreibt, okay, ja. Jonas schreibt, bitte, und Jonas schreibt, okay. Jonas schreibt, äh, bin nicht online. Jonas, mach ich. Jonas, ich muss aufgeben. Hau rein, macht's gut. Bis zum Morgen, 10 Uhr 11. Jonas schreibt auch, bitte grüße mich. Jonas schreibt, danke. Äh, so Felix schreibt, prima, glaub ich. Und er schreibt einfach, nicer stream. Und Felix schreibt, muss aber leider gehen. Ja. So. So, Leute, guck mal den Stream an. Ey. Hey. Das volle Programm hat schon drei, ähm, Likes. Und aktuell zwei, Jura Schauer. Und, ähm, das volle Programm. Schauer. Liked das Video unterbundet meinen Kanal. Schreibt mal den Epic-Namen in die Kommentare. Leute, ich spiele auch andere Spiele mit euch. Ähm. Ja, wollen wir jetzt einfach ganz nochmal los? Hä? Oder wollen wir, oder warte, lass auf den Team spielen und sagen, ich mach grad nen YouTube-Video-Cap. Stefan. Ugh. Stefan. Hi Stefan. Grüße geht raus an Stefan. Hi Stefan. Ähm. Ja, alles gut. Äh, es war nicht zu spät. Ja. Schon ein geiler Stream, ne? Ja, du siehst wahrscheinlich jetzt alle meine Streams. Dafür nen Kommentar Stefan. Ähm. Ja. Grüß dich, ne? Hehe. Hey. Ja. Okay. Ja. Warte, wir spielen jetzt so mit Auffüllen und dann werden wir so. Leute sagen, dass ich grad einen YouTube-Stream mache, ne? Und wir werden sie so richtig auf den Arm nehmen. Ich kann sogar... Ähm. Läuft's bei dir? Ja, bei mir läuft's gut, Stefan. Ich... Da ist... Ja. Es ist voller Programm heute. Deswegen... Deswegen. Ich hab doch immer... Ich hab doch gesagt, Stefan, ähm... Das ist... Meine Videos haben immer damit zu tun... Ähm. Der Titel hat immer... Damit... Hörst du mich? Elko? Elko? Okay. Äh, Stefan, ich hab jetzt immer zu dir gesagt, ähm... So heute beim Pferd... Dass meine, ähm... Meine Titel immer damit... Äh... Damit da zu tun haben, was immer im Video passiert. Weil heute ist ja in diesem Video mein first Programm. Ja. Stefan kommt gleich so mit so'n Abo, gell? Hehe. Ja. 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 Ne, Schwetti, komm noch Schwetti. Ähm. Guck mal. Weißt, woher ich Stefan könne? Herr Sönlich. Wer ist denn dieser... Nero-Doc? Der spricht Deutsch? Die können beide nicht... Ah, wir sind in der Part, die da ran liegt. Stefan los. Mach. Äh, spielt weiter. Ja. Danke, Stefan, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Kannst du jetzt vielleicht den Stream von mir angucken? Danke, Stefan, ne? Übrigens, du bist auf jeden Fall hier auf dem Kanal, den ich dir gesagt hab. mein Freund Stefan. Ja, mach. Pass auf, da ist jemand. Ach, der ist oben. Geh mal weg, geh mal weg. Das ist mein Nude, okay? Okay, warte. Erstmal nehme ich die Shotgun und die Minis. Der hat aber nur einen Mini. Tut mir leid, ne? Tut mir leid, ne? Alles gut? Geht? Warte, du kannst die... Du kannst die Kiste lugen. Vielleicht ist da ein Mini drin, ne? Ey. Warte, lass dir mich töten. Okay, warte. Oh mein Gott, Alter, ist der... Alter, was lecker. Alter, lasert der Mist. Alter, hab ich den gelasert. Als ob jetzt Jonas mich Stream snipet. Ja, komm, komm ins Spiel. Komm ins Spiel, da kommst du ins Spiel. Nein, Elko! Elko! Ja, ich hab auch. Stefan schreibt, Robin, viel Spaß noch, ne? Ja, danke, Stefan. Ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwann wieder. Beim Pferd oder so, keine Ahnung. Man muss... Wiedersehen, ne? Ist klasse, ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Stefan, ne? Ja. Mach's gut! es war gut. Boom Tour in 2020. 200 Millionen Euro, ja, acht ...oh. Oh. Der Delfin habe ich schon tausendmal gemacht. Mach mal rein. Also, ähm, Leute, vielleicht zeige ich euch heute noch eine richtig lustige Map. Wenn ihr schlechte Laune habt, dann seid ihr hier in diesem Video. Richtig, weil wir haben nämlich eine Map gefunden, wo ich tot lachen wird, ne? So, ist das nämlich so eine Auto-Crash-Map. Da lacht man immer so hart. Wir lachen da immer so richtig einen ab, ne? Oh, meinst du, du slide davon? Oh, die sind immer geil. Lasst gleich ein slide davon nach. Aber wir zeigen euch erstmal die Map. Es gibt 10 Runden und dann könnt ihr Sprecher starten. Also, spielt auf jeden Fall die Map. Äh, ich zeige euch den Code dazu. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich den Code in die Videobeschreibung reinmache. Ich sag, nein, ich hab ihn nicht reingemacht. Tut mir leid, Leute. Aber, ähm, nein, warte. Nein, macht ihn nicht rein. Ich zeige euch einfach mal den Code zu der SESA-Map zu. Ähm, das ist dieser Dumbacast. Also, hier unten, seht ihr, wo er Stelle von FLCN steht. Sieht ihr auch da drunter den Code. Ähm, könntest du das Video gerne anhalten. Ja, das ist, das ist einfach die Map gewesen. Ich hoffe, diese Map ist geil. Da könnt ihr auf jeden Fall euch zu sau tot lachen. Defran? Boah. Ja, aber, vielleicht, aber wir machen gleich auch nochmal, ich finde Slide-Difference geil. Weil, weil, die, aber manchmal rastet auch da mal mega aus, aber ich mach das nie im Streams, weil im Streams ist das voll komisch. Aber auch so ausrasten tue ich jetzt auch nicht. Dass mein Controller einfach im Arsch ist. Ich guck, ey, guck. Ey, Stefan, wenn du, wenn du den Stream nochmal anguckst, siehst du, das ist hier Deadpool. Und wenn Stefan, wenn du nochmal den Stream siehst, ich zeig dir dann nochmal Deadpool ohne Maske. Sehr, 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 Horror. Ich kenn, ich kenn Stefan persönlich, ne? Ich hab ihn heute sogar gesehen, wieder. Das ist ein Erwachsene. Ey, oh, hast du den letztendlich mal drin? Drei. Drei. Eins. Ah, mein Agetto! Was, kann ich den hier machen? Wann hast du den drin? Guck mal, guck mal, guck mal. Weil ich mal ein Level die ganze Zeit nicht geschafft hab, guck mal. Weil ich mal ein Level beim Deathrun nicht geschafft hab, ne? Der letzte Platz war, da sagt so ein Englischer zu mir so, Loser, Loser. Das ist voll easy. You a noob. Die ganze Zeit. Wenn man so aufregt, man denkt so, oh mein Gott, ich starte jetzt das Spiel neu. Man hat nur ein Appel, man ist wohnend, ich spiele. Können wir uns eigentlich schlagen? Darf ich kurz auslassen? Oh, tut mir leid, tut mir leid, okay? Okay, okay, okay. Okay, alles gut, tut mir leid, tut mir leid, okay? Ja. YouTube. Ach, das ist auch YouTube? Oh mein Gott. Junge, wie sieht das aus? Oh mein Gott, hier muss man sneaken. Was muss man hier tun? Ich weiß nichts. Ich weiß nichts von meinem Glück. Ich seh den Rift. Erster Level, first try. Oh mein Gott. Ey, ich hab den, ich hab den, glaub ich, einmal, hab ich den, glaub ich, bei Odo gesehen. Bei Odo Manson, Odo Schwänzen. Das hat man nicht gesehen. Guck mal, da sieht man jetzt so das Loch. Ich spring einmal drüber. Jetzt spring einmal. Hä? Hä, wo, wo geht's denn da weiter? Hä, wo geht's denn da weiter? Kannst du mir mal sagen, wo es da weiter geht? Hä? Ach, da ist ja so ein Rift. Aber ich schaff's nicht dahin. Wie schaffst du das zum Rift? Ah, hier ist so ein Speed-Dingen. Ich hab ein Speed-Dingen entdeckt. Renn mal nach hinten und dann nach vorne. Ich hab irgendwie so ein Speed-Teil. Hey, ich hab irgendwie so ein Föhn bekommen. Ah! Ah! Hast du den Föhn gesehen? Hier, da ist die ganze Zeit hier gewesen. Wow! Hab's! Leider. Oh nein, hier war noch so ein Boost-Dingen. Mama! Noch egal. Lacks bei dir? Ah! Da steht Jump! What? What? Wo bin ich gelanget? Wie bin ich hierhin gekommen? Alter, mir geht das hier grad auch zu schnell. Wir machen den grad mal grad drei Minuten, ne? Oh nein, das schaff ich nicht. Das schaff ich nicht. Man muss so richtig Speed haben, ne? Ach hier! Ah, da war noch so ein Teil! Ah, verstanden, verstanden. Da ist so ein Boost-Teil. Siehst du das nicht? Lack ist bei dir. Wie schnell ist man da, Alter? Man kann sich nicht mal bewegen. Man kann nichts, Alter. Guck mal, pass auf. Alter, man ist da sauschnell, ne? Alter, ich geh direkt weiter. Nicht sagen, dass ich scheiße daran bin. Hier steht Jump. Hier ist noch mal so ein Boost-Ding ein. Oh, ich bin mit in die Dinger reingesprungen. Amen, the moment on the draw skin stop. Ah! I got a movement, Lion! Ah! Ah! Oh, ich hab's geschafft! da steht Crouch. Da steht einfach locker Crouch. Wow! Hä, was geht hier ab? Hä? Ich weiß nicht, man muss sneaken, man muss sneaken. Hä? Man muss sneaker. Hä, wie soll man das denn schaffen? Ja, da musst du springen irgendwie, ne? Ach nein, da muss man... Achtung! Hier muss man aber... Ich hab' verstanden. Komm, man muss einfach so crouchen. Du musst... Da steht doch Crouch, man! Das Level ist aber mega geil. Ich finde, der hat das super geil berechnet, ne? Ich hab's, glaub ich, geschafft. Oh, hier ist der nächste Rift. Ich bin beim nächsten Rift. hier. Ich hab' einfach nur vorwärts gedrückt. Mann! Ah! Wow! 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 Was geht denn hier ab? Alter! Es ist der größte Müll! Komm' jetzt aber, komm' jetzt, aber jetzt muss es sein. Jetzt muss es aber klappen. Muss man gut durch die Mitte? Ich weiß! Ich weiß! Ah! Ah! Da ist so! Man muss am Ende durch so ne Tür! Man muss... Wo spreng ich hin? Mann! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Das kann denn... Die müssen respawn um. Alter! Man muss am Ende durch so ne Tür... Ich bekomme jeden Tag so viele Kommentare. Ah! Okay. Ja, schon 22 Abos, Alter. Für 22 Tage... Äh, für 2 Tage Stream, Alter. Alter, ich mag grad Breakdance. Guck! Oh, yeah! Aha! Oh, yeah! Aha! Oh, yeah! Aha! Uh! Wo kann ich mir das denn auch angucken? Was mach ich denn gleich? Ich hab's geschafft! Ich bin durch die Tür gekommen! Du darfst nicht einer Benge entgegen. Du hab's geschafft! Du darfst nicht einer Benge entgegen. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach durchgesprungen. Also... Ich hab's nur... Ich hab' zu meiner Mutter. Ähm... Ja, guck mal. Guck mal. Ja, ich seh's gut. Hier. Hier. Das Follow-Programm ist grad das Video von mir. Hier, wir brechen aus. Guck dir mal das an. Hier. Äh, was muss man hier tun? Oha! Oha, voll die geile Stage. Okay? Okay! Oh, what the fuck! Man muss da durch dieses schwarze Rohre springen. Pass auf! Nein, nicht kaputt schlagen. Nicht kaputt schlagen. Hier, du musst zu meiner Seite. Hä? Soll man diesen Müll denn schocken? Hä? Hä? Der geht bei mir die ganze Zeit nicht weg, Alter. Hä? Junge, dieses Game will mich doch verarschen. Muss ich einfach nichts drücken, oder was? Wieso hält der immer, wenn dieser scheiß Dance an, Alter? Ah! Bitte, guck mal. Aber die erste ist ja noch einfach, aber die zweite. Ich hab's geschafft! Bitte. Bitte. Ja, ich hab' den Checkpoint. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich hab' den Checkpoint! Bitte! Rift! Ja! Ich hab' den Checkpoint. Ich hab' den Checkpoint. Nein, hier ist kein Checkpoint. Da war kein Checkpoint, oder? Da war kein Checkpoint. Willst du mich verarschen? was? Wohin? Wohin? So, ich, also, ich, also, ich, bei diesem Rift hier kein, kein Checkpoint. Okay, hier steht. I'm going! To the moon. Oh, ich bin beim nächsten Rift. Ich bin beim nächsten Rift. Ich bin beim nächsten. Können wir auch noch mal wieder was mit Eis machen? Ich hab's geschafft. Was für... Ah, Impuls. Ja. Hä? Warum ist hier ne Wand? Ah. 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 Ich verstehe, ich muss grad respawnen, aber ich hab' gar kein Spiel. Hm. Ach, da kommt ne Zorne! Auch noch! Nein. Hilfe, ich pack fest. Ich bin festgebackt. Warum? Ah, nein! Ich hab' die Waffe nicht! So schwer, ne? Es gibt grad einen Zuschauer, der zuguckt. Hab' ihn. Hab' ihn. Hab' ihn! Hier ist der Impuls! Oh mein Gott. Das ist nicht in einem anderen Slide-Dack-Förm. Das ist eigentlich aber schon geil. Ist das der Default? Nicht für Dumme. Ist das der Dump-Run? Ist das der Level-Default-Dack-Förm? Mama! Ach ja, genau der Kitty. Mama! Kannst du mir Toast jetzt machen? Okay. Ähm, darf ich vorgehen? Weil ich mein, ist ja mein Scream. Ähm, leider hier können wir sehen... Ähm... Ich weiß, da sind nämlich Spooky-Bomben drin. Ich lös für dich aus, ne? Ich lös für dich aus. Ja. Ich lös für dich aus. Ich lös für dich aus. Du Arsch! Ich hab' das doch auch immer First-Train. Nur du hast mich blockiert. Guck, easy. Darf ich machen? Ich geh vor. Ja! Ja! Yes, Baby! Vorsprung! Tschüss! Welches Level bist du? Ich bin elf. Wir haben noch nicht mal unseren eigenen Delfern ausprobiert, ne? Kann es sein, dass ich grad alles für Stray mache? Bei der einfachen Stage verkackt geht's. Ich kann auch mit Maus und Tastatur spülen, aber ich bin mit Maus und Tastatur... Okay. So, einmal. Nero... Nero... Doggo. Da war nur Doggo. Guckst du dir gleich auch noch den Stream an? Warte, ähm... Ich werd' immer um... Einmal... Zehn Uhr elf. Werd' ich ein Video machen. Um zwanzig Uhr auch noch. Und wenn wieder Schule ist bei mir, weil dann... Kommen immer die Videos um dreizehn Uhr. Fü... Ne, warte. Um fünfzehn Uhr. Fünfzehn. Vielleicht kommt ja auch ein paar Minuten später, weil... die Kette bei der Schule, wenn der Mensch weiß, wenn man nicht so wie gewinnscht... Abgeholt. Mama! Muss ich morgen wieder um... neun Uhr fünfzig wecken. Ich kann mir das nicht angucken, weil ich über deiner Karte... Mama! Doch! Doch, du musst einfach nur auf das Video drauf gehen. Ja, aber ich kann doch nicht schreiben und so, weil ich bin dann... als Robin DJ Magic da drin, weil wir das über mein Handy erstellt haben. Ich weiß. Das ist scheiße. Warum willst du denn Kommentare schreiben? Ich werd' auch noch mal nie, Stefan. Wie meinst du das? Mama, du musst... Kannst du ja das gleich noch machen? Mama! Du musst mich wieder morgen um neun Uhr fünfzig wecken. Kannst du auf mich warten, na? Alter, Elko, du hast grad... dass du dein nächstes Level erreichst. Na? Kannst du mal auf mich warten? Bitte. Dann warte ich auch auf dich. Dann machen wir zusammen Teamwork. Bitte. Komm, bitte. Das Film geht jetzt schon... Insgesamt eine Stunde. Komm, bitte. Irre, 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 bitte. Bitte, du Ehre haben. Ich bin jetzt bei... Erster Impuls. Warte. Bei der... Und jetzt bin ich bei zweiter Impuls. Hä? Das hat bei mir gelap, das hat nicht geworfen. Äh. Ah, so wenn ja. Oh, bitte. Oh, bitte. Kannst du mal auf mich warten? Hä? Mann, kannst du mal... Kannst du mal warten, ne? Komm, bitte. Ich bin jetzt hier bei den Pilzen. Komm schon, bitte. Warte bei deinem Level. Okay. So. Ich höre dich, bitte. Sei leise. Ich höre dich. Tu nichts. Ich höre dich. Ich höre dich. Du sollst doch überhaupt nicht... Hey, du Scheiße! Uli, löse aus! Komm, den schaffe ich für das Try, oder? Das Try? Ja, okay. Lass mir schon mal eine Garnate... Ne, nun. Hast du hinbekommen? Du musst halt die ganze Zeit springen, weil sonst geht aus, ne? Warte auf mich, ich hab noch keinen... Okay, ich hab eine Schneekarnate. Easy! Easy peasy! Lemon squeezy! Du musst respawn machen! Ja, genau, ja! Ja! Mama! Du kannst mir keine Kommentare schreiben. Das heißt Kommentare. Aber bei mir, bei PC-Youtubern steht das da aber nicht. Nur bei mir über Playstation kann das da die Kommentare an der Seite stehen. Nein! Die kann man nicht so richtig verfehlen! Oh nein, du bist bei mir! Alter, geh mal weg, Junge! Geh mal weg, Alter! Ey, sollt ihr mal Skitrick 07 zeigen, ne? Nein, lass mich bitte! Es ist mein Impuls jetzt! Nein! Guck, guck, ich mach Skitrick. Guck, so. So, guck. Ich mach jetzt einen Skitrick. So, und dann machst du einfach so. Tada! Skitrick 07. Wenn ihr den Saffron spielen wollt, ich zeig euch gleich auch nochmal den Code dazu. Auf jeden Fall, der steht auch hier oben. Hallo, ich bin selber gestorben, man, du Hund! Ach, du bist schon bei den Tracks oder was? Ich geh schon mal zum nächsten, wer will. Hier, darf ich die Falle für dich triggern? Warte mal, warte mal! Komm! Darf ich für dich triggern, weil ich bin der Trigger-Pro. Guck, 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 ich mach jetzt so. Guck, guck, ich mach jetzt so. Guck. Ja, feuere mich gerne an. Ja, easy. Lässt du mich den Deathrack gewinnen, ne? bitte. Ich bin ganz selber runtergefallen. Ey, Junge, du blockst mich! Du hast mich in der Luft die ganze Zeit geploppt, alter. Tschüss! 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 Ah, Svenja, wabiti babu! das ist so schlafen 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 warte mir steht gerade keine Zahl ich bin gleich Level 60 2 Level vor Level 60 das heißt ich bin jetzt 58 ja ich weiß so ich bin jetzt 59 wie kann man den Job nicht schaffen das ist doch voll easy jetzt essen wir weiter easy ein Impuls ja mach ich du brauchst du brauchst nur eine musst du dich da rüber boosten hallo und das Ding ist ab hier habe ich jetzt den Checkpoint ich mach wieder alle Levels nochmal hab ich dir geholfen war ich ein Ehrenmann war ich ein Ehrenmann ich muss jetzt einmal alles von vorne machen so ich bin jetzt wieder hier bei einem Level so ich bin jetzt wieder hier bei einem Level welchen Sprung ach den ja du musst du kennst doch diesen langen Trick den Trick wo man richtig lange springen kann den wir auch bei einem Dump Run gemacht hat wo unser Freund die ganze Zeit verkackt hat genau den musst du ausführen kannst du mal die Fallen selber triggern alter und nicht die ganze Zeit meinen getriggerten Fallen äh getriggerten Fallen komm stirb ja danke weil damit du nicht meinen getriggerten Fallen hinterher läufst warte die 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 den zu die die den Oh, hä? Was für Level 50? War doch schon vorher Level 50. Willst du mich verarschen? So, jetzt Level 51. Wenn die so richtig hohe Sprünge haben, immer direkt den Kleider öffnen, leider. Ist ein Tipp von mir. Von Level 70. Ich hab so einen Fehler gemacht. Mann! Alter, Elko, immer auf zu rülpsen. Gar nichts. Elko, so eine Unverschämtheit wie du, ey. Ah! Ich darf jetzt nicht den... Ey, Elko! Du kannst sogar im Video sehen, wie dieser Stefan mit Nachnamen heißt. Bruder muss los, Alter. Na, wieder schreien. Reden Sie von Kurs und von Messerstichereien. Ey, guck mal. Ey, guck mal. Bruder muss los, ne? Ein Wort vom Bruder muss los ist sein Nachname. Soll ich dir sagen? Stefan los. Reden Sie von Durchfall und Sie müssen gleich kacken gehen. Dann, Sie müssen scheißen, wenn die Ködl wieder ruft. Apatü, bleib Ködl. Apatü, bleib Ködl. Easy. Die langen Sprung. Die Impulse unter dir werfen und dann lange laufen. Und dann erst springen. Der lange Impulse jumpt, den kennst du ja, na? Was? Nuss hier müssen, nuss in der Dollar wieder schreien. Brumm, brumm. So richtig. Hast du den Stefan schon durchgespielt? Ich hab den schon tausendmal durchgespielt. Ja, wirklich. Ich spiel den jedes Mal durch. Ich hab den jedes Mal, wenn ich den spiele. Oh ja, kommen wieder Double Impulse. Oh mein Gott. Also der sollte easy sein. Ja, der war auch sau easy, muss ich sagen. Als ob ich grad alles first trial mache. Oh, das ist ein freies Level. Geil, vergeil. Uh, da gibt's das. Three Level. Wow. Das hier müsste los, wenn unsere Ködl wieder schreien. Brumm, brumm. Ja, stimmt. Kennst du das Lied, das Klo? Colin! Colin, ich bin grad bitten im Livestream! Nein! Bitte, verlass die Party! Ja, die Oma, weißt du noch? Die Oma? Die Oma, so richtig... So richtig prächtig, so die Oma, gell? Guck, du kommst jetzt zu Gagecom und schreibst doch so dein T-Shirt zu Elko drauf, gell? Nein! Ich hasse dieses Level grad. Doch sie müssen los, wenn unsere Ködl wieder schreien. Brumm, oh, egal, ich hab's geschafft! An der Seite ist schwieriger, hab ich gehört. Ich bin gleich am Ende. Keine Ahnung, jetzt kenn ich Zeit, glaub 97 oder so. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Das ist das finale Level. Ich bin jetzt bei den Zombies. Ich töte mich einfach selber mit einem Bogen. Komm, ich muss die Klopapierrolle einsammeln. Klopapier! Au, hört auf. Aua. Mann, Alter, seid mal leise, Alter. Ich bin jetzt bei Klopapierrolle. Komm schon. Klopapier! Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ja. Ja. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich...